muss ich mal gucken so dann gucken wir mal leute was wir machen können support meine rolle hier kann ich mich komplett embracen das war schon wieder knappe rappe macht keinen umstand also wie gesagt jetzt nicht ultra also oder das war so ein bisschen mein anliegen das ist ja der übelste geile stand gewesen also halbgeil du stichst die so sieht es aus kannst du meinen review zur deutschen bahn machen ein deutsches bahnreview glaube ich hatte einfach unglaublich und das verrückte war ich hatte vier probleme auf jeder strecke 1 das kommt also das muss entweder unendlich viel pech gewesen sein und ich weiß nicht wie das passieren konnte weiß ich echt nicht es muss unendlich viel pech gewesen sein ok war auf karrt verrückt 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 leider habe ich nur die kack kugel stammt ist ein bisschen reulig raus da erst mal ich würde sagen schade marmelade aber es ist okay dadurch hat er jetzt wieder ein bisschen freiraum hier zu fahren es ist okay jetzt habe ich zu sagen hier geht was hier geht was hier geht was hier monami monami gett ist kauf gett kam ja also ich hätte jetzt nicht gesagt dass ich den kill unbedingt wollte ja du kannst als pike alt die kills nehmen es interessiert irgendwie kein hat mich irgendwer geflame nur mit der ultimate genau du kannst die kills nur mit der ultimate teilen aber es interessiert als selbst niemand noch die kills sind wir können wir auch die kuh eigentlich gleich mal anziehen oder das würde auch funktionieren was dabei fahr geilere ziele muss man sagen das problem eventuell monami monami jetzt haben wir ein problem ein problem das ist leider der der ramm muss der auf jeden Fall war geiler oder fehlt noch ein bisschen das war perfekt das macht mich jetzt sehr traurig sehr traurig sehr traurig macht mich das sehr sehr traurig ich finde ich traurig war ich finde ich traurig war ein bisschen damage NEEIN schon wieder hier jetzt das ist natürlich okay das ist natürlich okay das ist natürlich okay zack hier ist ein Wort DUT IN THE MOONLIGHT DANCING IN THE MOONLIGHT YOU Niii Hallo MISS Snues 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 Wenn man raus Ja Ich bin ein fisch bugger ja ich bin noch ein noch ein noch perfekt gemacht ja schade marmelade aber er ist tot wenn da nur noch von wies noch ein bisschen damit schon heute dann kann ich hier durch und die mädchen all die mädchen ich habe auch das pech des jahres gibt doch gar nicht also es gibt es doch wirklich nett doch bei roller da kann doch kein mensch erzählen dass man so viel pech in einem ein 1 leben haben kann die ist ja schon wieder voll stoppen die das wort ok ich hab sie ich habe dies ja noch mal ich hätte sie gar nicht gekillt ja ja wenn er noch mehr geht dann wäre das ok er hat gleich noch eine q ja vladimir do it schön müssen wir hier meinen ombraker fertig machen damit wir mal unsere dives wieder das ganze game machen ein bisschen ich habe ihn ich habe ihn einfach zurückgezogen weil ich ein guter spieler bin jetzt müssen wir ihn nur noch töten irgendwie ein bisschen noch ein bisschen noch nein immer zu früh alter leute das gibt es doch nicht bitch der hätte vielleicht andersrum flutschen sollen aber ich habe hier noch was für dich ich bin so schockiert also ich kann es kaum beschreiben was alles play er hat meine erb gebrochen jetzt bin ich tot ich lebe ich bin tot erbrede 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 leute hier steht leider kein turm mehr was unglücklich ist erbrede 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 das ist mein fall erbrede 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 erbrede